Wenige hundertstel Sekunden haben zum Sieg gefehlt, heute erneuter Angriff Lady Dallas, deutsches Sportpferd, acht Jahre alt, im Salte Leon, Henzi. Untertitelung des ZDF, 2020 We are more than loveless Yeah, we are all we need when we hold each other I'm taken back to 2002 Dancing on the hood in the middle of the world And auch heute zeigen sie uns Anse, nicht nur zum Vergnügen angereist, das dritte Paar im Stechen um den Sieg, Lady Dallas. Das ist Leon, Henzi, wir freuen uns drauf. So weit ist aber noch nicht, wir bleiben im Grand Parcours, haben noch zwei Paare, auch er mit seinem zweiten Pferd, Walkis nun am Start, hatte vier Punkte mit seinem E.